RCT-Radio-Comedy. The better way of Blödsinn. Mann, Mann. Zwei Uhr morgens, stockdunkel und ich muss ja noch durch den Tierpark eiern. Aber was tut man nicht alles für einen guten Freund. Außerdem hat Mohat ja morgen Geburtstag und ohne Geschenk auftauchen. Das wär scheiße. Hey, Lenny, du auch hier im Tiergarten? Um die Zeit? Ach, was für ein Schreck. Mensch, Mohat. Was ist denn mit dir los? Das könnte ich nicht auffragen. Ja, und ich würde dir sagen, dass ich wegen der Ufos hier bin. Ufos? Mohat, hast du wieder getrunken? Hm, oder bist du noch vom Blitz getroffen worden? Na, nix von beiden. Ich hab nur gestern in der Berliner Morgenpost gelesen, dass wir heute keine bewölkten Himmel haben. Bedeutet also sternenklare Nacht und somit haben wir besonders viele Chancen, Sternenschnuppen heute zu sehen. Ach so, du willst dir also was wünschen, Alter. Was hast du denn geplant? Ach, nix geplant. Ich werde mir doch nix wünschen, ich bin doch nicht irre. Aber im GRM-Magazin stand, hey, dass man alle Nächten wie diesen schon viele Ufosichtungen hier in Berlin gemacht hat. Seit wann glaubst du, die sind schon geplant? Ist ja fast so, als wenn du glaubst, was die in der Bild-Zeitung schreiben. Tue ich doch. Wir werden Meister. Und das stand doch auch in der einen Ausgabe drin. Und? Sind wir Meister geworden? Ach, nö, stand nö. Na siehste, und genauso wenig wie wir Meister wurden, werden wir hier heute ein Ufo sehen. Apropos sehen, was machst du denn hier im Tiergarten, Nanny? Ach man, Mohat, du hast mich erwischt, Alter. Du hast doch morgen, ähm, ähm, ja, Geburtstag eben, ne? Das siehst du, das Licht da vorne auch, Nanny, da vorne, guck doch mal, Licht. Ja, irgendwie schon hell, ne, Mohat, voll hell. Ey, das sind die Besucher. Ey, meinst du, die umfangen nachts um zwei Uhr hier im Tiergarten noch Besucher? Ich meinte nicht die Besucher, Nanny, ey, das, das, oh, Nanny, ey, das ist ein Ufo. Und, und die Besucher, die, die, das sind die Aliens. Zum Glück hab ich meine Liedtaschenlamme dabei, ey, und, und, und damit leuchte ich die jetzt an. Sozusagen eine Art Fluglotse. Klasse Idee. Hm, aber frag mich, ob die Aliens auch Rundflüge über Berlin machen. Ey, ich mein, da ist doch nichts dabei, aber wär doch cool, ich und Nanny, also du und Igge, sozusagen, wir beide über Berlin im Ufo. Wow, geile Sache, oder? Hm, aber irgendwas ist komisch. Äh, das Teil kommt immer näher auf uns zu. Und es scheint so, als wenn das Ding schon extrem tief liegt. Ich mach jetzt mal meine Liedtaschenlamme an und versuch mal mit dem Ansezeichen. Kurz, lang, kurz. Vielleicht können die das ja entschlüsseln. Heißt das nicht SOS? Hey, mag sein. Scheint aber auch zu funktionieren. Guck doch mal. Hey, das Ding eiert voll hin und her und auf uns zu. Jo, ich seh's ganz genau. Hey, das Ding nimmt direkt kurz auf uns zu. Ey, ich werd mal die Liedtaschenlampe direkt vor uns halten, ey, nicht, dass die uns übersehen und überfliegen, sozusagen. Ach du Scheiße, das Ufo ist 100 Meter vor uns, ruckartig nach rechts ausgewichen. Voll auf die große Eiche. Das hab ich selber gesehen. Musst du mir nicht erklären, Nanny. Na ja, ich kann's nicht fassen. Das Ufo ist beim Baum geknallt. Ey, schau mal, die Luke geht auf. Oh, irre, ey. Ich glaub's ja nicht. Da steigt ein kleines Männchen aus. Äh, steigen kannst du nicht nennen, Mann. Mord, der grabelt nur noch. Oh, lass uns mal hingehen. Jo, okay, na los. Irgendwie scheint das doch wohl kein Ufo gewesen zu sein, Nanny. Ja, langsam. Ach, ach, das kann nicht wahr sein. Das war gar kein Ufo. Das war Werner mit seiner alten Isetta. Oh Mann, Mord, du hast Werner abgeblendet. Und er war orientierungslos und knallte vor dem Baum. Hey, Blitzmerker. Hey, Werner. Na, wie geht's dir? Werner, hörst du uns? Nein, Werner. Mord ist nicht John Lenn und ich bin nicht Ringo-Star. Nein, ich bin auch nicht Ringo-Star, Mensch, Werner. Wir sind's, Lenni und Mord. Buh, 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 buh. Nee, bin ich nicht, Lichong. Und Lenni ist ohne die Art Grafanke, Werner. Wie bist du denn drauf? Buh, 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 buh. Genau, die sind wir. Aber was ist denn passiert? Äh, ich weiß nicht. Ich kann dir das wirklich beantworten, was passiert ist, Werner. Du hast Werner abgeblendet. Oh, Lenni, sei leise. Mann, ey, sonst bekomme ich auch eine Klage von Werner am Hals. Kann ich ja nicht gebrauchen. Ich habe doch keine Versicherung. Buh, 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 buh. Nun trink aber erstmal einen Erste-Hilfe-Trunk, damit es dir schnell wieder besser geht. Besser gesagt, damit wir deine inneren Verletzungen sozusagen heilen können. Buh, 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 buh. Äh, äh, es war wie Moat sagte, Werner. Es war so. Buh, 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 buh. Was? Du bist total nüchtern, Werner. Wie kommt's? Buh, 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 buh. Genau, weiter trinken, Werner. Und schön austrinken, ne? Man will ja auch gesund werden. Moat, du weißt schon, dass du Werner gerade eine 07er Jägermeister auf Ex trinken lassen hast? Mann, er wollte doch aufhören. Er wollte. Aber du siehst doch, der alte Schluckspecht, ey, der kann einfach nicht ohne sein. Schau hier, der trinkt schon die zweite Notflasche. Und die war eigentlich für die Aliens gedacht. Naja, Werner ist ja auch ein Alien. Apropos trinken. Lenny, ey, lass uns mal in die Schenke gehen. Ja, was machen wir mit Werner? Ach, der, der ist doch dicht. Guck doch mal. Den lassen wir hier liegen. Den geht's doch ganz gut. Naja, außer, dass seine Schulter ausgekugelt ist und aus seinem rechten Bein Knochen rausguckt. Ist ja okay. Also, dann los, ab in die Schenke. Ganz genau. Auf geht's. Auf geht's.